Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aber es gibt einen Ort, der uns hoffen lässt Was, wenn Titan unsere Heimat werden könnte? Sie werden zu optimierten Menschen Supermenschen Die meisten von ihnen werden scheitern Einige werden während des Trainings zusammenbrechen Hätten nicht erwartet, sowas jemals zu erleben Rick ist jetzt die Zukunft Du wirst der erste Mensch auf dem Titan sein Ich liebe dich Ich kriege keine Luft mehr Er verändert sich Dies hier ist keine Weltraumforschung Es ist kriminell und brutal Ich will es zu Ende bringen Ich kann alles sehen Es gibt keine Dunkelheit Da ist irgendetwas Lebendiges in ihm drin Er ist Soldat In ihm stecken 300 Millionen Dollar Forschungsgelder Es gibt keinen Zurück mehr Die töten ihre Familie Was haben sie getan? Wenn wir ihn nicht kontrollieren können Sind wir alle tot Rick! 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 Untertitelung des ZDF, 2020